was machst du das bleibt holz das bleibt holz geh weg doch 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 so hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren minecraft video und zwar spielen wir dieses mal nicht minecraft matter sondern minecraft bedwars ich würde sagen wir sehen uns in der runde und bis dann so da sind wir auch schon in der runde mein team fängt schon fleißig an sachen zu fahren und ihr werdet dieses video wahrscheinlich dienstag sehen wenn alles klappt wie es soll ja eigentlich hätte ich das am video vom montag sagen sollen aber ich sag jetzt einfach mal in diesem video aber das heißt einfach es werden wahrscheinlich nicht täglich uploads kommen sondern wenn ich gut hinkriegt dann sollten zwei die woche kommen es kann auch sein dass gar keine videos kommen keine ahnung ich werde weiterhin versuchen videos zu bringen aber es wird schwerer sein ja wo es allgemein einfach recht intensiv wird kann es sein dass es gar keine videos mehr gibt sollte ich einfach mal gesagt haben weil ja wenn ich es jetzt einfach so lassen würde dann würde sich wahrscheinlich ein großteil der zuschauer fragen wo ich gerade bin und wieso ich keine videos mehr hochlade es werden einfach weniger sein aber es sollten noch videos kommen dann wollte ich noch was anderes ansprechen was mir auch aufgefallen ist und zwar habe ich kurz in die statistiken meiner videos geschaut und mir ist nämlich mal aufgefallen dass 60 prozent der leute die meine videos gucken mich gar nicht abonniert haben ich möchte jetzt nicht große werbung machen oder irgendwen damit auf dem zeiger gehen aber dann weil es gibt da noch seine statistik die zeigt an wie die das video aufgerufen wurde und viele wurden aufgerufen indem sie meinen kanal eingeben und nicht irgendwie durch benachrichtigungen oder durch die abo boxen so zeug und ja einfach damit für euch auch ein bisschen angenehmer ist und ich freue mich halt auch über jeden abonnenten wir sehen uns dann wieder darunter ja dem modi bedwurst muss ich glaube ich auch gar nicht erklären das hat man vorhin gerade gesehen wie der geht wir haben halt ein bett und solange das steht kann man respawnen und wenn das abgebaut wird kann man nicht mehr respawnen nee nicht ernsthaft soll das in fordnet band sein auch nie und der fischstehen auch nie na pichu da guckste auch nie salute ja bist du afk was machst du das bleibt holz das bleibt holz geh weg doch 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 so was was packst du jetzt sind es ist auch wirklich niemandem aufgefallen dass hier der dings kommt habe ich ihn nee schade wird ein ap den habe ich aber auch nicht die blauen ich war das jetzt ganze noch mal zu ja komm habe ich hier den kill bekommen ja den kill habe ich bekommen ach nee was macht die schon aber ich habe ihr kommt jetzt so kann was macht die da was macht die die baut das ganze bett frei ach so das war gegen nee nein ach nee ich muss das wieder zu bauen die hat keine ahnung von wo ach so wir gehen so doof die eine dumme hat ihr alles versagt tschüss ach nö ich muss weg ach junge alles nur wegen der einen dummen da ist die blöd wir werden angegriffen und die checkt's nicht hab sie also klar an sich ist egal was man baut weil wenn der gegner sieht was da ist der wird sich eine spitzacke holen oder eine schere oder eine axt aber einfach schon allein holz ist zehnmal stabiler als diese scheiß wolle ich gebe der ente war sogar mit dem schwert dran hab ihn hab ihn hab ihn auch da geht zu uns ja tschüss nicht schon wieder ein fortnite skin das ist doch diese diese rettungsschwimmerin skin aus diesen fünf oder nicht bin ich mit dem team ja doch schweiß hat mich gehört immerhin runtergauen ich heiße ich habe uns mal dabei ja jetzt habe ich mir jetzt nicht sicher abhin abhin Ach, ne. Alter, scheiße. Alter, hab ihn. Den anderen auch. Scheiße, ich hoffe, ich habe ihn noch runtergeschubst. Glaube ich aber nicht. Komm, probieren wir mal. Stimmstenfalls geht's schief. Wie haben die denn das Zeuge eingebaut? Ich kann halt nicht runterspringen. Der Fallschaden wird mich killen. Okay, immerhin habe ich das Bett zerstört. Ich habe ihn auszusehen nachher nochmal mit dem Kompass oder so gehauen. Ist aber relativ egal, ich habe das Bett zerstört. Ja, da ist die Seite und ich habe ihn auf diese Seite geboxt, wo ich nicht sollte, ne. War jetzt aber, glaube ich, mein Kill. Ich habe elf Kills, aber noch keinen Finalen. Ja, geil. Da kommt sie. Nein! Ich habe die Smaragde dabei. Wie hat er mich jetzt bitte gekillt? So, Leute, das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein und lasst ein Like da. Falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao. Vielen Dank.